Ich steh'n jetzt ab. Ähm, oje. Wenn Promis und Moderatoren so reagieren, dann geht's ans Eingemachte. Denn diese Fragen stehen in keinem Moderationskonzept. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Was war ihre albernste Ausrede? Hast du schon mal etwas geklaut? Die wirklich wichtigen Fragen sind eine Herausforderung für Gast und Moderator. In den nächsten vier Minuten entscheidet der Zufall, wer welches Geheimnis von sich preisgeben muss. Solche Fragen hier beim MBL? Bist du bereit? Also jetzt nach diesem Film hab ich ein bisschen Angst vor dem, was hier auf dem Tisch liegt. Also, es läuft folgendermaßen ab. Wir ziehen abwechselnd eine Frage stellen die der anderen Person. Und kann man drauf antworten oder auch nicht? Insgesamt vier Minuten haben wir. Und die starten jetzt. Und ich fang natürlich an. Das hört mich grad so ein bisschen wie vor der ersten Nachtsendung. Was machst du wirklich nur dann, wenn du ganz alleine bist? Was darf keiner wissen? Oder wo darf keiner dabei sein? Naja, alle Dinge, die mit nackig zu tun haben. Nackig auf dem Bett liegen, nackig durchs Haus rennen, solche Sachen. Da ist keiner dabei? Da ist keiner dabei. Niemals? Nein, das möchte ich nicht. Nein, das ist, ähm, das hat auch was mit den, also, nein. Gut. Merkig sein. Schön. Ich geh auch ungerne in die Sauna. Bist du dran? Hm? Ich hab immer Angst, dass ich da meinem ehemaligen Chefsprecher Jan Hofer begegne. Warte mal. Oh, hast du schon mal, das hätte ich gerne beantwortet, hast du schon mal eine Negativbewertung im Internet hinterlassen? Ne. Ich auch nicht. Niemals. Ich verteile nur Lob. Ja, ich auch. Es ist ja so, dass die meisten Menschen sich nur beschweren und deswegen kommt auch bei uns zum Beispiel auch, oder in der Welt draußen kommt meistens nur das Negative an. Weil, wenn man lobt, dann ist man zufrieden und geht seiner Wege, aber wenn, dann lobe ich. Negativ, das mache ich nicht. Ich will nicht so eine Meckertante sein. Ja, ich finde auch. Also nicht öffentlich jedenfalls. Ich finde Positive Vibes irgendwie auch schöner als immer nur zu nörgeln. Nächste Frage, kannst du ja auch so. Ich wollte gerade sagen, ich gebe dir mal lieber eine. Ja, gut. Wer weiß, ob du dir das vorher angeguckt hast. Oh. Wie hoch war deine erste Gage? Oh, die erste Gage, ich glaube, das waren 8 Mark 20 oder so. Ja, Mark damals noch. Die Tagesschau hat so wenig früher bezahlt. Nein, nein, nicht bei der Tagesschau. Ich habe ja schon während der Schulzeit gearbeitet und nicht nur journalistisch, später dann mit 18 bei Tageszeitungen, sondern ich habe auch Zettel verteilt. Ich habe zum Beispiel für den Edeka-Laden, weil der gehört dem Freund von meinem Vater, habe ich diese Werbezettel verteilt in der Nachbarschaft. Und da meine ich, ich meine der Stundenlohn hätte da bei 8 Mark 20 gelegen. Und davon hast du dir dann später von ganz, ganz vielen Arbeitsstunden ein Pferd gekauft mit 12, ne? Das stimmt. Wahnsinn. Das stimmt. Wobei das mit dem Edeka-Laden war nach dem Pferd. Das Pferd habe ich mir finanziert durch alles immer zum Geburtstag wünschen, zu Weihnachten wünschen, sammeln. Und ich war im Supermarkt bei uns ums Eck immer und habe da, wo die Leute ihre Lebensmittel in Körbe packen, immer das Kleingeld aufgesammelt. Weil ganz viel Kleingeld da immer lag. Warum auch immer. Ich bin einmal am Tag rüber, habe das eingesammelt, weil ich hatte ein Ziel. Und das Ziel war vierbeinig und hatte eine sehr flauschige Nase. Und deswegen habe ich das auf mich genommen. Und es hat funktioniert. Wahnsinn. So, willst du mir noch eine Frage stellen? Mit welchem Promi würdest du freiwillig in einen Boxring steigen? Mit Judith Rappers. Ja, das ist... Also Boxen, das muss ja dann ein sehr schwacher Promi sein. Ja. Damit ich keine Angst haben muss. Nee, oder ein sehr starker, damit es schnell vorbei ist. Damit es schnell geht. Axel Schulz. Ich würde Henry Maske nehmen. Ja, super. Ich glaube, der wird nicht zuschlagen, der ist so Gentleman. Der Gentleman-Boxer. Ja, ich glaube, der würde sich dann totstellen. Ich würde nur so machen und er würde so tun, als sei er K.O. gegangen. Ich würde die Boxen schicken, die beiden, und wir gehen was trinken. Was war das ungewöhnlichste, der ungewöhnlichste Wunsch eines Fans an dich? Oh Gott, da gibt es so viele ungewöhnliche Wünsche. Das Zeichen im Fernsehen. Also bitte, bitte schick mir getragene Schuhe. Sie dürfen auch gerne schon vier, fünf Jahre und ganz ausgelatscht sein, wo man immer denkt, ich möchte das nicht lesen und ich möchte es mir auch nicht vorstellen. Solche Sachen. Solche Sachen. Ja. Okay, eine Frage schaffen wir noch. Ja. Du, schaffst sie mir. Ach so, äh, Entschuldigung. Was war die bisher schlimmste Zeitungsente über dich? Also Falschmeldung. Ja, gerade eben, aktuell, dass ich 42 Jahre alt bin. Das stimmt ja wohl überhaupt nicht. Ich bin auch 41. Ich habe erst in zwei Wochen Geburtstag. Ach, weißt du, wenn das das schlimmste Problem ist, dann ist doch alles in Ordnung. Das war doch, äh, das war doch, äh, das war ja nochmal was ganz anderes. Ja. Ich schwitze ein bisschen in meinem dicken, dicken, dicken Pullover. Ja, man hat ja auch Angst, dass man sich verplappert, so im Eifer des Gefechts, ne? Ist das jetzt passiert? Nein. Oder ist es nicht passiert? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, Jan Hofer ist nicht sauer, wenn er erfährt, dass ich ihm nicht in der Sauna begegnen möchte. Vielleicht das als Schlagzeile morgen. Das wäre, das wäre schön. Ich würde sagen, wir gucken nochmal auf den Bauernhof von Judith Rackers. Wir haben ein paar Fotos eingesammelt von kleinen Tierbeibis. Wir haben ja vorhin hier schon Lämmer gesehen in der Sendung und bei dir gibt es kleine Katzen. Ja. Was hast du alles für Tiere? Katzen, Hühner, Pferd? Also ich habe, das ist die Frage, hatte ich vorhin gar nicht beantwortet. Es sind mittlerweile 13 Hühner. Bei mir schlüpfen jedes Jahr Küken. Also wenn eine Henne brüten möchte, dann darf sie das. Dann nehme ich die Eier nicht weg und dann, deswegen habe ich jedes Jahr irgendwie 5, 6 Küken. Das ist Charlie, mein Fohlen. Das war mein großer Traum, dass ich das einmal erlebe, dass meine Stute, diese schwarze Stute, das ist meine, seit vielen Jahren, seit elf Jahren, dass die einfach mal ein Fohlen bekommen kann. Ich wollte da mal dabei sein. Ist das sweet. Und ich war auch bei der Geburt dabei. Also dieses große Lebensziel, das war wirklich Top 3 meiner Bucketlist. Das ist vor zwei Jahren in Erfüllung gegangen. Oh wow. Und jetzt ist das Schöne, dass Charlie, das kleine Fohlen, ist natürlich jetzt auch schon ein großes, stattliches Pferd schon. Der wird jetzt also im Sommer, fange ich an, den auch zu reiten und so. Und der ist natürlich dadurch so wahnsinnig anhänglich geworden, weil ich von Anfang an dabei war. Ich habe ihm die erste Milch gegeben, weil er nicht so schnell stehen konnte und das nicht so gefunden hat, das Euter. Und die müssen in der ersten Stunde trinken, sonst ist das schlecht für ihr Immunsystem und ihre Darmbakterien. Also habe ich ihm die Flasche gegeben. Und ich glaube, das hat uns so gebondet, uns beide. Also der ist so zutraulich und lieb, auch als er noch Hengst war, wo die ja eigentlich so ganz wild und ungestüm sind. Ist der wie so ein Schoßhund schon hinterhergerannt und will immer nur kuscheln und so. Also für mich ist es das Perfekte. Hast du da Hilfe auf diesem Bauernhof? Das ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Ja, also man denkt immer, es ist ein Bauernhof, aber weil ich auch immer sage, meine kleine Farm. Es ist in Wirklichkeit einfach nur ein Haus mit einem sehr großen Garten im Naturschutz, also am Naturschutzgebiet, nicht im Naturschutzgebiet, im Außenbereich. Also wir haben keine Straßenbeleuchtung, wir haben auch keinen Winterdienst im Winter, weil es sehr weit außerhalb ist. Wir haben alle keinen, also wir sind vier Nachbarn. Wir haben kein Wasser, kein Stadtwasser. Wir haben selbst eine Klärgrube und haben alle einen Brunnen und müssen das Wasser halt selber hochpumpen. Also es ist schon Warmwasser über Solar, schon wirklich so ein bisschen Selbstversorgerhaus, aber es ist kein Bauernhof. Und ich habe Hilfe aus der Familie. Also immer, wenn ein Projekt ansteht, wie das, was wir vorhin gesehen haben, diesen Bau der vier Beete, wo früher so eine hässliche Betonterrasse war. Da macht ihr mal mit. Da macht dann jemand mit aus der Familie und hilft mir. Also das mache ich nicht. Ich kann viel alleine, aber ich mache nicht alles alleine. Naja, aber fast alles kann sie. Die Judith Rackers hat wahnsinnig viel zu tun auf jeden Fall und wir werden noch ganz, ganz viel von ihr hören. Aus dem Garten, drei nach neun macht sie noch weiter, das Reisemagazin. Genau, wunderschön. Schön, dass du hier warst. Oh, danke. Wirklich. Ich war sehr gerne hier. Vielen Dank. Vielen Dank.